So, einen wunderschönen guten Tag erlaubisch mehr zu wünschen. Yujihawa Sonetten hat mir eine Hilfeseite gegeben für Palya. Da kann man sogar verschiedene Quests anklicken, um dann zu sehen, wo die Items auf der Karte jeweils zu finden sind. Problem? Ich habe keine Ahnung, wie dieses blöde Quest überhaupt heißt. Irgendwas mit Handheld-Device. Ich meine, ich hätte das noch im Lager. Ja. Oder es hat sich jetzt halt verschwindibus, indem ich die Tafel zum allerersten Mal gefunden habe. Das kann natürlich auch sein. Und er hat mir dann gesagt, guckst du, hier ist zum Beispiel noch eine Tafel. Und ich habe die nicht gesehen, weil die schlicht und ergreifend noch nicht da war. Allerdings, weil ich das vierte noch nicht gefunden habe. Das Problem ist, die ist hier nicht aufgeführt. Dieses Handheld-Device. Ich meine, ich hätte das Hegler in die Pfote gedrückt. In die Grabbelklaue. Das wird hier aber auch nicht... Wann, was ist denn das mit dem Schuh hier? Finde den Besitzer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer der Besitzer war. Ich habe es jedenfalls mal einer in die Hand gedrückt und ihr. Ich weiß nicht, ob die mir da irgendwas dafür gegeben haben. Nee, wurscht. So, ähm... Gehen wir noch flott gießen. Da kann ich das gerade noch mitnehmen. Hallo? Ei. Stell ich mich heute ein bisschen doof dran, oder was? Vielleicht kann ich dann vielleicht sogar alles... Nee, Klatsch. Glaube ich jetzt nicht. Aber es wäre cool gewesen, wenn ich alles hätte mitnehmen können. Dann können wir da vielleicht mal ganz neu... ...hinstellen. Aber ist ja egal. Ich habe eh keinen Platz im Lager. Jetzt bin ich bei 10.000 angelangt. Obwohl, ich habe jetzt 100 Feuerstein mal wieder in die Verkaufskiste gedrückt. Vielleicht haben wir schon Glück. Und es ist doch noch ein bisschen Platz. So fingernagelbreit vielleicht. Okay. Ich könnte. Nehemihe. Dange. Okay. So. Ah, gucken wir mal. Ja, neun Plätze habe ich noch. Super. Ach ja. Ich habe ja gestern, habe ich ja festgepackt. Jetzt gehe ich extra durch die Haustür. Das ist sowas von egal. Könnte auch hier lang gehen, ne? Und zwar wollte ich den jetzt hier hine tun. Das gefällt mir einfach nicht. Das geht so weit nach vorne. Das mag ich nicht. Aber ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Heute haben wir ja neue Sachen, ne? Neue Möbel. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja echt Glück und ich kann endlich mal ein schönes Regal machen. So, was haben wir denn hier? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Gut. Mais könnte man. Mais könnte man. Und hier ist Full. Von was könnten wir dann noch? Zwiebeln. Von der Sterne Zwiebeln halt ein paar. Tomaten. Definitiv Tomaten. Sterne Zwiebeln. Oh, wenn ich dran denke. So, wie ist denn das jetzt? Fast 6 Uhr. Das müsste ja dann hier gleich losgehen. Das nehmen wir mal mit zum Verkaufen. Das nehmen wir mal mit. Obwohl, man könnte eigentlich alles. Ist ja auch egal. Ist ja komplett alles zum Verscheuern. Verkaufenstern. Szy. meine fräse das ist dann schon das wochending ist schon um wahrscheinlich so ah ne jetzt 100 passen noch rein dann schmeißen wir einfach mal raus in der hoffnung damit hat sich jetzt schon so 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 und die Dünger noch mitnehmen hier mal den eigentlich lieber den da ne so 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 4 also von den blaubeeren müsste ich auch noch hinstellen sehr schön so so im das geht so 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 Also da sind überall Tomaten, da brauche ich nicht wirklich auf welche hinzustellen. Vorher? Vorher. Was wollen wir sehen? Nö. Was wollen wir sehen? 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 Gut. Alles klar. So, jetzt habe ich Muße, um nachzugucken, wo dieses Item ist. Es sollte ja eigentlich hier sein, aber das ist es. Kleiner, handlicher Apparat. Angeblich soll das das ausgelöst haben. Das Witzige ist, es steht jetzt natürlich nicht auf Englisch da. Unten drunter steht auf Englisch, aber nicht oben. Small Handheld Device. Okay, vielleicht sagt das dem jetzt doch irgendwie was. Und zwar Small Handheld Device. Ne. Da sind auch keine... Es sieht auch nicht aus, als ob da irgendwas wäre. Aha. Secrets, ja. Ich will mich auch nicht wirklich spoilern lassen. Moment. Das könnten die Dinger sein. Last Walk. Hier... Hä? Okay, da war ich viel zu weit oben. Hier soll eins sein. Okay. Das... Das... Also an den Docks süd... Ach, vielleicht südlich der Docks. Nicht an den Docks südlich von hier, sondern südlich der Docks. Dann... 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 Dann kann das vielleicht daran gelegen haben. Lost in Translation. Dann... Wo mache ich denn jetzt den hübschen Ormuteppich hin? Hier ist es nicht wirklich... Obwohl... Eigentlich doch. Sieht doch ganz nett aus hier. Halb unter dem Bett rausguckend. Ist ja eigentlich ganz putzig. Kann man da vielleicht einen Hocker hinstellen? Das... Also wenn ich einen runden Hocker habe. Das fände ich eigentlich ganz putzig. Wollen wir den Klamotten oder so drauflegen? Das wäre lustig. Haben wir zwar keine, aber egal. Ähm... Hier wäre ein runde Hocker. Sehr schön. Und eine kleine Nachttisch. Eine kleine Nachttisch. Das sieht ein bisschen hingepopelt aus, aber das ist mir egal. So einen kleinen Nachtsnack vielleicht dorthin stellen. Das wäre es doch. So einen kleinen Nachtsnack. Ja. Warum ist denn da schon wieder nicht... Wahrscheinlich habe ich die Wand irgendwie versetzt. Ja. Das Ding. Irgendwann mal die Wand versetzt. Äh. Okay. Doch. Geht mittig. Ja. Okay. Geht mittig. Geht mittig. Gut. Wie gesagt. Ich brauche einen Drecks... Egal. Das da geht... Warte mal. Das nehmen wir mal kurz mit. Und gucken, ob es auch noch einen hübsch gibt. Außer in Ikea-Farben. Ja. Ginge eigentlich, ne? Industrial. Wandregal. Komm mal. Braumeier. Komm mal hier. Kürzeste Weg. Das würde auf jeden Fall besser aussehen, als das. Obwohl, die von der Kürzeste ist. Die Farbe vom Holz hier müsste ich treffen. Die Farbe vom Holz müsste ich treffen. Das ist das. Die zweite, glaube ich, ne? Das hier eher. Ich könnte aber auch blau nehmen. Naja, das ist... Na probieren wir es einfach mal. Gibt es das auch noch in anderen Farben? In hellweiß. Und das ist mehr so... Grau oder was? Ja. Mal gucken. Noch so eins und dann übereinander und vielleicht sogar auf den Kopf. Das sieht auch irgendwie in so einem Kien geknaubt aus. Ja. Aber zumindest von der Farbe her wird es gut passen. Das Holz mit dem Stein. Mir wäre es halt natürlich lieber, wenn das ein gescheites Brett wäre, ne? so ein bisschen edel oder so. Naja. 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 Gucken wir mal, wie geht's euch? Boah, fleißig. Richtig fleißig wart ihr. Ja. Kann man da nachladen? Ja, eigentlich schon. Und wie geht's euch? Tomaten. Warum schafft ihr nichts? Hier ist irgendwas, ohne dass man zieht. Kann das sein? Warte. Weiß nicht. Keine Ahnung. So. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Okay. Ihr schafft auch nichts. Und dann geht's. ören rein. 아 Das war's für heute. Das war's. So, von was haben wir denn genug? Da haben wir genug. Ach so, das Zeug. Das ist für die Rauchbomben, ne? Das ist für die Rauchbomben. Hier, ne, wo war der? Da. Den noch in die Wand drücken. Angelbräu. Ach so, ne. Die Fangbeutel, wer hab ich denn da? Die kann man hier rein stopfen. Das ist für gemeinsam. Heimtückische Rauchbombe. Fang auf, nehm ich mal mit. Das ist für Fische. Gibt's irgendein Gericht, was ich x-mal hab? Fischstoff, sehr schön. Und einfach so. Noch mehr Fisch. Und Cernuk. Das ist normal. Ne, warte mal. Wollen wir mal so rum. Das ist für Fisch. Das ist für Fisch. Und das ist normal. 300, 300, 300, 150. Wollen wir mal so rum. Hier, das ist für Fischstoff. Wir müssen so rum. Und da können wir... Das ist für Fischstoff. Es ist für Fischstoffe. Dassel Leute lieber... Es ist für keinen Körper. Das ist eine Schrochte. Wenn du irgendwie wieder neu durch Warschiehst. Okay. screen. Raus damit So, war hier irgendwas mit Leder? Ja, nicht unbedingt. Nee, eigentlich auch nicht so dringend. Also einen Fisch fangen gehen, das war mit Würmern in Teichen morgens und abends. Abend hat jetzt zwar schon angefangen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe erst an die Wand. Oder eher gesagt Möbel. Was muss ich denn machen überhaupt? Normale für ein Stück. Ungewöhnlich und selten. Okay, probieren wir da einfach mal. Was haben wir denn noch nicht hergestellt? Das sieht denn gar nicht mal so unscheiße aus. Das habe ich hergestellt. Dadurch hat sich das da freigeschalten. Das ist aber auch ein normales. Andererseits, ich muss ja noch normale herstellen. Also kann ich es auch eigentlich... Ja, komm. Schließend. Das Bett. Bank. Das ist eine Bank. Das ist auch ein ganz normales. Was? Ja, was sonst? Ja, was sonst? Obwohl das Bett ist wahrscheinlich... Was ist denn das hier? Das... Das Bett ist wahrscheinlich besonders, ne? Ne, auch nicht. Ja, Dreck. Okay, das ist was besonderes. Seltene Möbel. Jetzt irgendwas, was noch grünes man macht, bevor ich jetzt da... Ungewöhnliches Möbel. Ist das ja mitgenommen worden als. Zählt das da mit oder was? Ja. So, das ganze Ravengedöns da. Gewöhnlich und ungewöhnlich ist beides... Jo, wenn zumindest. Also am besten irgendwas grünes. Sowas hier. Das war das... Ach, das Bücherregal. Das war das, wo die ganzen Motten drum rum geflogen sind. Ne. Schade. Habe ich übersehen. Ist das normales? Ich hätte gern irgendwas in grün. Das da zum Beispiel. Ja. Achso, habe ich nicht genügend Eisen. Hahaha. Da fehlt mir zwei Eisen. Da fehlt mir Bretter. Das wird gehen. Das ist beides, ne? Ja. Grün deckt beides ab. Das da, das wird auch... Also dieses dunkelblau, fast schon schwarz wird abgedeckt. Das dir... Und das grün, das ist so zwischendrin wahrscheinlich. Das da ist halt das türkisfarbene. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, was da noch... Wurscht. Hauptsache es ist dabei. Raus, 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 raus. Abgehakt. Und wenn ich das mit dem Bücherregal, muss ich dann nächste Woche mal dran denken. Hahaha. Als ob. So, dann machen wir das mit dem... Ich weiß nicht. Ich habe nie egal gefragt nach dem Regal. Und wir haben alle so einen riesen Zinnober drum gemacht. Sie hat halt versucht, da so bescheiden zu wirken. Aber gesagt, was es ist, hat sie nicht... Das hat mir jetzt nicht so wenig gebracht. Und fünfmal fragen ist auch ein bisschen, ne? Nein. Andererseits bin ich eh nervig. Also kann ich auch 15 mal fragen. Pfff. Irgendwann wird es mir verraten. Wenn ich Berechtigung auf ihrem Hof hätte, bräuchte ich ja nur dran zu klicken, ne? Hätte ich jetzt irgendwo auch gesehen. Okay, Insekten kochen. Ach, weil ich... Ne, ich habe... Doch, Angelbräu habe ich ja gemacht. Mahlzeit kochen. Fange Fische, das geht mit links. Sammle Futter geht mit links. Bergbau mit links. Magische Bäume, fünf Stück. Ja. Auch kein Problem. Das ist alles geägt. So. Nehmen wir mal die Mieze auf Gazi-Tour mit. Ja. Komm. Ja. Kommen Sie mit. Wir gehen uns die Wand einverleiben. Und was trinken, solange der Tee noch warm ist. Ich habe ja schwer im Garten geschuftet. Ich bin aber immer noch nicht fertig. Ich muss noch einen Sack Grundkraufen gehen. Also ein bisschen Blumenerde. Das kommt dann an den Baum, bzw. ich werde die Frühlingszwiebel da rein versenken, damit der Baum mit seinen Wurzeln ein bisschen es leichter hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da versuche Steine drumrum zu machen. Möchte ich eigentlich nicht. Andererseits, das will da dann sowieso wieder zu wie blöd. Das wäre auch nicht so geil. Und so komme ich mit dem Rasenmäher halt so drumrum. Hm. Weiß nicht. Extra dafür Steine kaufen. Na, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht habe ich irgendwo, kriege ich ein schönes Angebot. Mit Steinen, die auch nach was aussehen. Achso. Ich könnte ja gucken, ob hier... Hallo. Menno. Hey, da wird es gar... Ah, okay. Hier. 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 da. Nö. Ach, du bist ein Zerno. Ich wollte dich gerade eben meinen. Äh, komm. Für ein bisschen Fokus halt, ne? Hier unten ist hier normalerweise auch. Bisschen Erz. Arm Kerl kriegt hier einen Anfall. Oh, schön. Ich werde auch machen. Das sind Teilchen. Wenn ich Glück habe, das ist noch Abend, oder? Ja, noch. Ja, komm. Was soll's. Auch wenn sie es vielleicht nicht lohnt. Da hinten ist nämlich noch eine Stelle. Ja. 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 Oh. Oh, 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 oh. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oder? Feenkarpfen. Geil. Da ist er. hab ich eine Schawainepriester hab ich. Was ist denn hier los? Ist auch ein Krabbler dabei, oder seid ihr nur... Oh, was bist du? Ah, Feuer spucken. Gut. Ich bitte jetzt keinen Server down und mein Item ist nicht gezählt oder so. Das wäre ja geil. Ist das wirklich schon so schlecht? Ja, fürchtlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte da was für Sie, Knellfrau. Ancient Rock Garden und die überragende Rauchbombe. Geil! Ancient Rock Garden. Irgendein Rezept... Was geht denn da ab? Wie hat denn der die ganzen Smilies da? Warte mal. Ne, es ist noch nicht frei, ne? Muss mir wahrscheinlich die Olle erst erzählen. Ähm. Ähm. Jot. Okay. Muss mir hier wahrscheinlich erst mal Bescheid geben, dass ich was Geiles gemacht habe. Weil ich merke das ja nicht, wenn die mir das nicht sagt, ne? So, jetzt brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr da hinten an den Teich zu gehen. Haha. Äh. Hier, hier. Welchen... Welchen Fisch brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Ich meine... Ich bin hier losgestiefelt, um Dinge zu tun. Habe es getan. Okay, warte mal. Was brauche ich denn hier so? Das ist... Hä? So ein Stück normaler Wels habe ich doch. Ich veräpple. Ah, ne. Honigschmerle. Flussfisch. Bahari. Nachts und tagsüber mit Glühwürmchen. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Was fehlt? Das ist der Flammenzungen wahrscheinlich. nach dem Sonnbarsch und nach dem Platinbarsch kommt was. Nach dem Platin... Hm. Der da. Der Lauerwels. Abends und nachts in Teichen mit Glühwürmchen. Habe ich nicht bei. Und nach dem da ist der Riesengoldfisch. Mit Glühwürmchen. Also ich habe nach dem Bahari Hecht kommt bitte was. Habe ich nicht. Gut. Nach dem Gabelwels kommt irgend so was anderes. Das habe ich bestimmt auch nicht. Doch. Tatsächlich. Ein Blitzaal. Mit Würmern in der Bahari Bucht. Schnurz egal wann. Das ist gut. Weil Würmer habe ich dabei. Obwohl wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, wenn ich nach Bahari gehen muss ich da sowieso nochmal kurz heim. Das ist der bunte. Ach ne. Ist gar nicht bunt. Glühwürmchen. Auch net. Den habe ich glaube ich auch net doppelt. Das ist der Hornfisch. Der braucht auch Glühwürmchen. Okay. Der und der und der Das den ja gleich aufge... Der braucht Würmer? In der Höhle. Ah. Ja da könnte ich mich auch nochmal hinstellen. Und vor der Küste und der ist mit Güllwürmchen. Ich muss mir den ganzen Käse mal aufschreiben, glaube ich. Was ist das da unten für einer? Ah, den habe ich nicht. Okay. Ist alles eher mit Glühwürmchen. Also mit Würmern in den Höhlen war da was. Der da. Ja. In der Höhle. Und dieser andere. Wo war denn der jetzt? War der? Ne. Ne. Was war's? Nochmal der? Ne. Schande. Wo war denn der jetzt? Ach, der Zitter war's. Der Zitter Dingens. Der war mit Würmern in der Flüsse. Egal wann. Das ist gut. Egal wann ist gut. Und der ist auch egal wann in der Höhle. Sehr schön. Gut. Dann vielleicht noch irgendwas dabei. Ah, jetzt habe ich so lange gewartet, dass mein Fischgedöns mehr war. Gucken wir noch nach nach hier Dingens Kirchens Herzen. Nein. Okay. Okay. Ach, Mann, oh. Stellen Sie sich wieder irgendwie der letzte Mensch hier. Ach so, ich brauche ja eigentlich Eisen und nicht Kupfer. Okay, gehen wir noch bei Siki vorbei, kaufen Dinge. Äh, das hier ist als Fluss. Fluss. Der Flammenzungenrochen war doch auch Fluss, oder? Ne, mit Glöbelnchen. Ach, schade. Ja, wurscht. Wenn wir schon hier doof rumstehen. Fluss. Flussal. Die ganze ist gerade mitgelandet. Ja, ich laufe ja schon langsam. Entschuldigung. Nichts, ja. Okay. No, I'm going to go now. So, jetzt nochmal ein Uhr, ich habe noch keinen Hunger. Das Zeug steht aber schon auf dem Herd, damit es nicht so aaskalt aus dem Kühlschrank kommt. Also auf dem Herd einfach nur Herd, nicht an. So schusselig wie ich hier in letzter Zeit bin, wäre das fatal. Hier ist auch sonst kein Teich mehr, außer halt bei dessen Haus. Aber da ist kein Fischknote. Das sind die einzigen Teiche, die wir haben. Kann das sein? Also der da. Und halt der da. Alles andere Fluss. Los, 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 los. Hier lang. Wie das aussieht, als würde eine Ratte hinterher fließen. Nee, eher ein Frettchen. Eher ein Frettchen. Gibt es die überhaupt in der Farbe? Ich wüsste nicht. Ich kenne die nur in weiß oder halt die natürliche Farbe. Aber die weißen, das sind die Überzüchteten. Da hatte mein Cousin, hatte mal einen. Der Merlin. Der war so rotzehol. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der überzüchtet war ohne Ende. Oder ob das Vieh halt ein bisschen dubbisch war. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Das war's, glaube ich. Miau. Mal gucken, hat Tisch eigentlich irgendwas da rumstehen nachts, wenn sie die Türen offen hat und einfach mal weg geht. Das sind die schönen Lampen. Ich hätte gern ein Drecksregal. Ah, ein Grün. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Altrosa passt da auch dazu. Ne. 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 Eine Kerze. Ach, ich bin... Ernsthaft. Ich bin mal pleite. Huch. Hallo, Schnuffel. Wie is it? Wuff. 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 Sie haben eine Überraschung für mich? Wuff. Tau, knallt dir stolz etwas vor die Nase. Einen Schapper-Pelz krieg ich. Geil. Merci. Schnuffel. Knall dir, ich bin stolz, was war die Nase, der Maushund, der Jabberhund. Und trinken. Mal gleich mal den Krempel da reinschmeißen. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich den Fisch eigentlich schon aufgestellt? Ach, das ist so ein kleiner. Obwohl, den könnte man eigentlich auf irgendwas stellen. Der sieht doch schon angebungswürdig aus. Passt auch zu der Tapete. Der unten drunter sieht auch so aus. Wo habe ich denn jetzt die eine Lampe hingeklatscht? Ja, genau. Die sieht ein bisschen besser aus als diese Strahler. Das ist immer noch nicht so das Wahre. Aber... Wenn ich die hier hin haue... Äh, nee, nicht so wirklich, ne? Nicht so... Nicht so richtig. So, ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich den kleinen Minifisch da irgendwo schon stehen? Den... Den da, ne? Orangener Sonnenbarsch. Ja, ja. Gut, dann habe ich den schon. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Aber so gar nicht. Ich müsste die mal alle abbauen. Aber das mache ich erst, wenn ich wirklich alle mal irgendwann gefangen habe. Weil... Da wirst ja... Bekloppt. So, raus, raus. Ach, das habe ich sogar hier. Ancient Rockan. Ach, das ist, wo das Vieh dann zu Besuch kommt. Okay. Was haben wir da? Ein Flecken, Hesming... Holen wir mal raus. Ähm... Bis bis bis... Oh, sieben. Okay, Sonnenbarsch habe ich gar nicht so viel. Schmeiß mal den da mal raus. Den da mal raus. Ah, der Fluss. Ah, den würde ich gucken. Aha, okay. Dann habe ich den bestimmt schon aufgestellt. Oh, macht nichts. Okay, dann habe ich warum auch immer 5. Okay. Okay. Aqui. Okay. Riesend Ding, dann stellen wir das Teil hin. Okay, das ist vorne, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie weit geht denn überhaupt rein. Okay, bis zu dem weißen Baum. Ah ja, hier. Warum geht das denn? Ah hier, hier, hier wird es, oder? Hallo? Da würde es gehen. Ah, man sieht es überhaupt nicht. Das ist ein bisschen zu übertrieben, vielleicht, mit dem Verstehen. Hier, wo die Steine sind, wird es auch eigentlich gar nicht mehr so ungeil. Hallo? Warum geht das nicht? Aha, geht das jetzt nur noch über... Ah okay, machen wir das halt so. Gut. Ah, das habe ich noch nicht gekauft. Das ist ein Problem. Okay. ... ... Geht's? 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 Wenn ich hier so am Rumgurken bin... Geht's? 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 Noch ein Stück weiter. Irgendwie ist es das noch nicht, aber... Jetzt lassen wir das mal so stehen. Nee, immer nur nicht. Ich bin nicht zufrieden. Lass mal. Ich seh auch nicht, wie rum das ist. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Okay, das ist genau hinterm Busch. Wenn ich da genau hingucken könnte, wäre das natürlich toll. Aber so ist es mehr so... Da steht das Ding im Wege. Da kann ich zumindest mal hingucken. Ah, ich weiß noch nicht. Vielleicht kommt der Baum da noch weg. Weiß ich nicht. Mal gucken. Den dicken könnte ich ja sowieso weg tun. Dann könnte ich es weiter hier rüber ziehen. So ein bisschen mehr zwischen diese Steine. Fände ich auch ganz, ganz nett. Und dann mehr Birken drumrum. Zwei ist schon okay. Aber der dicke hier weg. Da noch eine Birke hin. Der dicke weg. Eine Birke hin. Das... Da komm ich halt noch nicht hin. Genau da so, so. Hier so. So, so halt, ne? Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Düh. Düh. Wöge. Die müssten auch weiter nach hinten. Weil wenn die so groß sind... Kommt's besser... Ach so groß sind die gar nicht. Ach so groß ist der gar nicht. Okay. Ach, die ganz großen, ach Schande, die ganz großen kriege ich damit gar nicht. Das war dann ein Fehler, dann könnte ich ja den eigentlich hier weghacken. Dann darf ich ja die ganz großen gar nicht weghacken, nur die mittleren. Okay. Gut, die zwei waren da eh falsch. Weil da muss mehr Weisheit hin, wegen dem weißen Stein. Nee, ist schon, ist, ist okay. Man kann, kann, kann mitleben. Kann ich mitleben. Kann ich, kann ich mitleben. Gut. Blum, blum, blum. Gut. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. War nichts fertig, ne? War nichts ganz gezupft. Nein, ich glaube nicht. Okay. So, Münze. Oh, die Note voll aus da. Wo ist sie denn? Ich muss ja generell ein bisschen was kochen. Nicht nur mit den anderen. Das war's mit der Dari. Und das Sampling. Ja, das war's mir für heute mit der Dariцу. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist okay. Vielen Dank. Das ist normal. Nee, ist auch Fisch. Okay, das ist normal. Gut, was brauchen wir noch? Ach, Hakenzweig wahrscheinlich, ne? Irgendeinen besonderen Haken. Genau, zwei Stück. Und die Fangbeutel. Und die Fangbeutel. Obwohl das, na komm, ich geh sowieso an die Küste, dann kann ich's mitnehmen. Hier wollte ich was mitnehmen. Hier wollte ich was mitnehmen, falls ich was Gutes sehe. Weißes Knisterfeuerwerk. Das ist bei Hakenzweig. Ja, das brauche ich eigentlich nicht mitzunehmen. mit, denke ich. Ich bin echt mal gespannt, wo ich das finde. Warte mal. 23. 23. 23. Nee, 28. 23. Ja komm. Ja komm. Ja komm. 1,2,3,4,5,6. Okay, so. Dann stimmt's. Dann stimmt's. 2,3,5,6,6,6,6,6,6,6,6,2,6,7,6,6,6,7,6,7,7,6,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Okay, so. Ja, Eisenformen halt, ne? Eisenfarmen Wäre Wichtig Was habe ich da noch Ach nee Da werde ich vorher wahrscheinlich Voll sein Bevor mein Gedönster So habe ich genug mitgetflatscht Ich taub ohne dich los Ich taub ohne dich los